Na hallo zusammen, ich hier ist wieder, tschüss, wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und heute soll ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute gibt es einmal ein Collection Update. Und zwar habe ich das letzte vor ein bisschen über einem Monat aufgenommen. Wir können einmal in die Tabelle reingucken. Und zwar das letzte war am 21.01. und jetzt haben wir am 9.03., wo ich das aufnehme. Ja, es ist ein Ticken über einen Monat. Und dementsprechend, ja, schauen wir mal wieder rein, was jetzt in der letzten Zeit so gelaufen ist. Ich würde sagen, als allererstes gucken wir ein bisschen im Dart of Azeroth. Da haben wir nämlich eine ganz schöne Übersicht. Und zwar können wir jetzt erstmal auf den Collection Score gucken. Ich bin immer noch auf Worldplatz 2. Das ist immer so ein bisschen ein Hin und Her. Bin ich mal auf 100, 200 Punkte dran, dann zieht der Gaulisch wieder weiter. Aber ich habe es vorhin schon mit dem Stream erzählt. Solange ich jetzt nicht krass die ganzen T-Mock-Sachen in den Dungeons fahren, wird das wahrscheinlich auch so bleiben tatsächlich. Aber ich bin gerade an anderen Sachen dran und ja, die will ich euch jetzt so ein bisschen zeigen. So von den Rankings, was hat sich hauptsächlich verbessert? Achievement-Ranking bin ich weiter hochgekommen wieder. Hat den Hintergrund, ich habe jetzt die Dungeon- und Raid-Achievements gemacht. Was mir jetzt noch genau fehlt, kann ich euch dann gleich nochmal zeigen. Mounts blieb eigentlich ziemlich gleich. Da bin ich soweit durch. Bis auf die PvP-Mounts, da bin ich aktuell noch dran. Petscore hat sich nichts geändert. Da bin ich auf Platz 1, habe ja seit einer Weile schon alle Pets. Bei den Toys sieht es ähnlich aus. Da bin ich auf Platz 1, hat sich auch nicht viel geändert. Ein bisschen mehr T-Mock habe ich bekommen. Das werden wir uns gleich mal in der Liste dann noch einschauen, wie viel das genau ist. Titel bin ich ein bisschen höher gekommen, denn ich habe das ein oder andere Achievement fertig gemacht, was einen Titel brachte. Unter anderem auch ein bisschen RBG gespielt auf der Horden-Seite. Da gibt es ja quasi im RBG für jede 100 Rating ab 1,1 oder? Oder sind es ab 1,5? Ich weiß es gar nicht genau. Da gibt es auf jeden Fall einen Haufen Titel. Und ja, da gibt es sowohl Ali-Titel als auch Horden-Titel. Die Allianz-Titel habe ich schon alle, aber die Horden-Titel, ja, die bin ich gerade dran, dass ich mir die quasi farm. Beruf hat sich nichts geändert. Rezepte hat es ein paar mehr gegeben. Eigentlich läuft es immer so, dass jeden Mittwoch, wenn ich meine ganzen Berufe durchballere, um quasi die paar Skillpunkte, die wöchentlichen zu holen, dann immer ein bisschen mehr skillen kann und dementsprechend wieder ein paar Rezepte kriege. Da gucke ich dann auch meistens im Auktionshaus. Da gibt es nämlich auch noch das ein oder andere, was ich gebraucht habe oder jetzt auch noch brauche. Ja, habe ich mir ein paar gekauft. Es gibt aber auch ein paar Rezepte, die kosten halt mehrere hunderttausend, beziehungsweise sogar über eine Million. Und da warte ich tatsächlich jetzt aktuell noch mehr. Und irgendwie Quests, nicht habe ich sogar weniger Quests jetzt aktuell, was mich ein bisschen wundert. Das ist jetzt so mal die Übersicht mit den Rankings, das hier aussieht. Jetzt können wir reinschauen, was jetzt quasi an Differenzbeträgen sich ergeben hat in dem bisschen über einem Monat. Also beim Completion Score habe ich jetzt 7k Punkte quasi plus gemacht. Score hat sich nichts verändert. Ich war vor auf 2, bin jetzt auch auf 2. Dann bei den tiefen Punkten habe ich 580 Punkte quasi plus gemacht. Wie gesagt, hauptsächlich Dungeon-Rades-Erfolge und noch ein paar kleine nebenher. Mounds habe ich 4 plus gemacht. Ich bin gerade überlegen, was das für Mounds sind. Gut, aus dem Dungeon-Achiefen gab es einen Mount. Aus dem Raid-Achiefen gab es einen Mount. Dann, wo habe ich noch einen Mount her? Ach, ich habe mir, glaube ich, das von dem Hals gekauft, wo man die Raid-Hälse haben musste. Und das letzte ist das M-Plus-Mount. Hatte ich das nicht? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das hatte ich schon. Ich weiß jetzt nicht, was das vierte ist. Könnte das M-Plus-Mount sein, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Okay, Pet-Score habe ich 200 plus gemacht. Ah, ich hatte anscheinend doch noch nicht alles das letzte Mal. Ja gut, ist über einen Monat her. Vergisst man teilweise Sachen. Toys bin ich 3 hochgegangen. Da sind jetzt ein paar neu reingekommen. Unter anderem habe ich auch das Toy aus dem Tournament jetzt bekommen. Es gab ja dieses M-Plus-Tournament. Da habe ich auch wieder mitgespielt. Jetzt nicht irgendwie auf zum Gewinnen, sondern einfach nur die, was waren es, waren es 20er? Ne, es waren, glaube ich, auch 15er-Kidys, die man da spielen musste. Einfach zwei Stück auf dem Tournament-Server. Da ist das Anmelden eigentlich das ekligste tatsächlich. Und dann gibt es Wochen oder Monate später gibt es dann immer das Toy. Und unter anderem war das auch dabei. Kann ich euch vielleicht noch halt auch zeigen. Dann Appearance habe ich 3251 plus gemacht. Ich habe jetzt auch so ein bisschen den Fokus in letzter Zeit auf Appearance gelegt, tatsächlich. Ich habe zwar jetzt nicht großartig die Dungeons gefarmt, aber in dem offenen Weltbereich habe ich einiges an Appearance geholt und ja, die ganzen Rares in Shadowlands und in Dragonflight abgefarmen. Da können wir nachher auch mal ein bisschen um All the Things mehr in die Thematik gehen. Da gibt es zwar nicht quantitativ viel, aber man will halt einfach so diese Untergruppen fertig kriegen. Titel habe ich 6 plus gemacht. Wie gesagt, das waren halt unter anderem RBG-Geschichten und von Achievements-Sachen. Reputations bin ich jetzt eigentlich schon lange soweit fertig. Da hat sich nichts getan. Rezepte waren es 91. Und Quests habe ich irgendwie zwei Minus gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber so ist es. Und hier sind jetzt noch so andere Sachen wie Achievements. Das ist zwar oben zwar irgendwie schon drin, aber diese Rankings gibt es halt auch noch auf Startup. Also deswegen habe ich die mit reingenommen. Heißt, Achievements habe ich 46 plus gemacht. Feast of Strengths, das sind die Heldentaten. Sieben, Legacy Achievements keine. Naja gut, Legacy Achievements gibt es immer nur, wenn quasi normale Heldentaten oder normale Feast of Strengths zu Legacy Sachen werden. Also Sachen, die man nicht mehr kriegen kann. Und das ist ja jetzt aktuell noch nicht der Fall. Das ist meistens immer nach der Expansion der Fall. Pads habe ich 2 plus gekriegt. Alts habe ich 8 weitere auf Max-Level gespielt. Unter anderem habe ich jetzt auch ein bisschen mal geguckt mit Levelboosten. Habe ein paar Leute gegen Gold gelevelboostet und habe dann meine Zwingseid selber mitgezogen. Das geht dann ganz gut. Da kann man mehrere Chars parallel quasi hochboosten. Altscore ist hochgegangen um 447. Ich glaube, das liegt tatsächlich eher... Also das sind die Level, die ich bei den Chars insgesamt plus gemacht habe. Warum das so viel ist, wundere ich mich jetzt ehrlich gesagt gerade. Könnte sein, dass das wegen Test-Chars ist, die ich erstellt habe. Die sind ja Level 60, dann mit jedem Test-Chars hast du halt hier 60 mehr Score. Gut, da guckt halt eh keiner drauf. Und eher ein Level habe ich 3 hochgekriegt und ein paar Kills auch. Aber das ist wahrscheinlich im RBG gewesen. Weil so habe ich jetzt nicht viel PvP gespielt, außer im RBG. Und all the things, wenn wir da noch ein bisschen genauer reinschauen. Das sind jetzt die fehlenden Sachen. Davor haben wir 24.732 Sachen gefehlt. Und jetzt sind es nur noch 20.800. Also ich habe 3.903 Sachen gekriegt. Das muss ich jetzt so allgemein sagen, weil das kann halt alles sein. Mounts, Pads, Toys, Flugrouten, Rezepte. Da ist halt alles drin. Und ja, das sind dann 2,6%. Ziemlich genau, die ich quasi plus gemacht habe. Von, na gut, hier, warum ist das jetzt 88? Ne, ich habe mich schon gewundert, warum das so gerade ist. Ja, da haben wir da anscheinend. Weil es hat, irgendwie hat das das aufgerundet. 87,37. Ach, weil ich das Format da nicht umgestellt habe. Okay, müssen wir das mal schnell fixen. Ist ja dumm. So, okay. Dann müsste das aber auch was anderes ergeben. Warum macht es das dann nicht? Ziehen wir das mal nochmal runter? So, hier. Jetzt aber. Ah, obwohl, das ist sogar genau, ne? 13. Ja, okay. Doch, das passt. Ich dachte mir jetzt gerade, das hat dann auch das Unformatierte genommen. Aber das hat es schon gecheckt. Bloß die Anzeige war halt die falsche. Gut, so viel dazu. Dann können wir das eigentlich jetzt mal, oder machen wir mal das jetzt. Machen wir das mal klein. Dann kann ich euch zeigen, was mir jetzt noch fehlt. Und ja. Und zwar, ähm. Achievement, hier seht ihr hier diese Season-Dinger. Das habe ich auf meinem Horden-Char, wie gesagt, gemacht. Schlichtweg deswegen. Ähm. Ich habe ja, ähm. Quasi bei der Allianz diese Titel schon alle geholt, ne? Wie ihr seht. Aber, ähm. Es gibt ja dann dementsprechend auch nochmal die ganzen Titel auf der Allianz-Seite. Und da bin ich jetzt so auf 1900 bei meinem Horden-Char. Heißt, äh. Da gibt es so ein paar Titel, die ich holen kann, ne? Es geht ja bis 2-4 hoch. Und dann mal gucken. Und dann gibt es auch noch einen Achievement, ähm, oder einen Titel, besser gesagt, hier, für 75 Wins. Ähm. Da gibt es dann auch nochmal einen Titel. Das Gute ist, der Titel für 150 und 300, also da gibt es auch einen Titel, äh, der ist der gleiche, lustigerweise, bei Allianz und Horde. Plus der 75er-Titel ist ein anderer, weil der dann irgendwie irgendwas von der Allianz oder der Horde irgendwas heißt, ne? Und die anderen sind halt neutral, also fraktionsneutral. Das ist das Gute, dass ich nur 75 Wins fahren muss, weil so ein RBG-Win, das zieht sich halt auch schon, ne? Das ist nicht so wie in der Arena mal 75 Games machen, das machst du vielleicht mal am Abend an dem Langen, aber RBG, das zieht sich halt leider. Gut, soviel dazu. Jetzt kann ich euch zeigen, was ich noch brauche. Und zwar aktuell habe ich bei Charakter unten hier noch den Erfolg mit dem Handelsposten, ne? Das wird sich halt noch 12 Monate ziehen. Dann Quests bin ich fertig, Erkunden bin ich fertig, Spieler gegen Spieler. Da sind jetzt, äh, noch zwei Sachen drin. Ich habe jetzt unter Welt endlich dieses Meta-Achievement fertig gekriegt, das hier, wo man quasi, ähm, alle diese, ähm, ja, World Quest 20 Mal erledigen mussten. Das hat 80 Tage allein gedauert. Das mache ich seit Anfang der Expansion. Das habe ich endlich fertig gekriegt. Und was jetzt noch fehlt bei Arena, sind zwei Heldentaten drin. Ihr seht, das sind keine Erfolge, die Punkte bringen, sondern das sind Heldentaten. Es ist halt einmal hier, ähm, das ist hier quasi der aktuelle Gladiator, äh, oder, ja, die Heldentat besser gesagt. Keine Ahnung, warum die jetzt hier drin ist. Eigentlich ist die immer Hitten. Und selbiges gibt es jetzt, oder nicht ganz, aber da muss man 100 Runden im gewährten Einzel auf, ähm, Elite-Rang quasi absolvieren. Das ist halt wahrscheinlich ähnlich, so wie vom Gladiator-Elite-Rang ist, glaube ich, immer 2-4, ne, das ist quasi das Pandor dazu. Da gibt es halt dann auch jedes, jeweils noch einen Titel. Da muss man mal gucken. Aber wie gesagt, das sind keine Erfolge. Mit Erfolgen bin ich, äh, quasi da bei den Spielern durch. Oder Spieler-gegen-Spieler-Dungeons, ähm, habe ich jetzt aktuell alles bis auf die Mythicus, ne, das sind quasi jetzt, ähm, acht Mythicus. Dann HC war ich halt auch noch nicht drin. Ich habe nur NAC bis jetzt gemacht für die Achievements. Und, ja, mir fehlen da quasi jetzt hier, ähm, 80 Punkte sind das. Dann das Meta-Achievement gibt es einmal für HC und einmal für Mythic sind halt jeweils auch nochmal 10 Punkte, also 100. Und da gibt es, glaube ich, dann kein anderes mehr, ne, genau. Also das sind halt die quasi 10 Erfolge da drin. Berufe bin ich auch fertig, Ruf bin ich auch fertig, Weltereignisse bin ich auch fertig, Haustiere auch. Dann, ähm, sind wir bei Sammlungen noch drin. Und zwar, ähm, gibt es da diese, also diese Sets, ne, habe ich jetzt letztens fertig gemacht. Da kann ich euch vielleicht noch einen Trick verraten. Ich habe, äh, ja nicht sonderlich viel geradet. Aber man kann, auch wenn man nicht radet, die Sets hier relativ gut sich holen. Und zwar, wenn man, ähm, PvP macht, kann man ja sich jeden Slot im PvP quasi holen. Und mit dem Katalysator kann man die einfach umwandeln. Das habe ich bei meinem Hordenschar gemacht. Habe einfach die ganzen PvP-Items mit dem Katalysator reingesteckt und habe mir halt den Stuff geholt, weil ich viele Punkte über das RBG sowieso gekriegt habe. Und auf dem Hordenschar den Katalysator, die Charges eigentlich nicht brauchte. Und die, das Mythic-Zeug habe ich mir jetzt eigentlich dadurch geholt, dass ich auf Main quasi das M-Plus-Gear einfach auch in den Katalysator reingesteckt habe. Wenn es über 4.15 ist, kriegt man quasi das Zeug. Und ja, wenn ich jetzt im RBG noch ein bisschen höher spiele, dann kann ich mir die ganzen Sachen, die ich jetzt auf Normal im PvP-Gear umgewandelt habe, ähm, dann umwandeln quasi in das HC-Zeug, ne. Wenn die hoch genug vom Item-Level sind, dann werden die Items automatisch umgewandelt, was ganz praktisch ist oder so. Auch wenn man nicht wirklich raidet, kann man sich relativ easy die ganzen Set-Sachen quasi besorgen. Genau, aber das ist nur so am Rande. Ähm, was ich jetzt noch zeigen wollte, genau, das Letzte, was mir noch fehlt, sind diese Anpassungen hier. Und da habe ich eigentlich alles gefahren, was man farmen kann. Also ihr seht, einige habe ich schon. Das Problem ist, viele von den Sachen, da fehlen immer ein, zwei Items oder tatsächlich immer nur eins, ähm, die gibt es aktuell nicht auf dem Live-Server. Und zwar hat die Vendor Blizzard vergessen einzufügen oder ich weiß nicht, was sie da falsch gemacht haben. Ich habe letztens mit einem Kollegen geredet und der meinte, auf dem PTR zu 9.1, äh, sind die tatsächlich jetzt bei den Ruf-Fraktionen drin. Also bei den ganz normalen, ähm, die wir jetzt auch schon haben. Und ja, das ist alles ein bisschen komisch, was Blizzard da quasi verzappt hat. Deshalb, ich danke dir fürs Subscriben, ne. Grüße gehen raus an der Stelle. Aber naja, also die kann man sich dann anscheinend einfach von den Händlern kaufen. Den Ruf habe ich ja eh schon oben. Weiß ich nicht, warum sie das jetzt nicht nachgepatcht haben und dann erst mit dem nächsten großen Patch bringen. Ist ein bisschen nervig, ne. Weil das Einzige, also im Endeffekt sind es halt hier, ne, die elf Dinger, die da drin sind, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, genau. Dann das bei Charakter, was ich halt auch nicht machen kann, ne. Und dann sind es halt noch die zehn Erfolge, die bei den Mythic Raids sind. Und mehr ist es nicht. Also das Einzige, was ich aktuell an Erfolgen noch machen könnte, wären die Mythic Raids. Ich bin ja aktuell nicht am Raiden. Heißt, ich müsste wahrscheinlich irgendwo einen Run dann kaufen. Aber die sind halt noch extrem teuer, ne. Und ich, es gibt ja eigentlich außer die Erfolge keinen Mount und so. Deswegen, weiß ich nicht, ich bin hier ein bisschen belegen. Habe ich da lieber mein Gold mit zusammen halt. Genau, gut. Das ist soweit von den Erfolgen. Mounts Pads kann ich euch auch mal zeigen noch. Mounts fehlt mir halt aktuell hier noch boshafter Säbelzahn. Das ist quasi das PvP Mount, was man mit der Season kriegt. Aktuell bin ich auf, wo haben wir es? Hier 70 Prozent. Wie gesagt, ich spiele mit meinem Horden-Char RBG und habe da die Prozente. Mit dem habe ich ganz am Anfang mal ein gemischtes Einzel gespielt und das war's. Heißt, ja. Aber das, denke ich mal, werde ich demnächst vollkriegen. Dann habe ich das Mount auch. Da gibt es dann nicht nur das Ali-Mount, sondern auch das Horden-Mount. Heißt, wenn ich da die letzten 30 Prozent fertig mache, gibt es tatsächlich sogar zwei Mounts. Dann Pads habe ich soweit alle. Ihr seht da unten, es sind ja Gilden-Herold und Gilden-Page. Das sind die Horden-Dinger. Die kriegst du leider mit dem Ali-Char nicht. Also sprich, ich habe alle Pads, die man so kriegen kann. Und bei den Toys, seht ihr, aktuell fehlen mir fünf Stück. Wobei es eigentlich nur vier sind. Das eine habe ich hier schon im Inventar, aber ich habe einfach das Video noch nicht so aufgenommen. Das gibt es auch über einen Dungeon-Erfolg. Und bis ich quasi die Sachen immer nicht aufgenommen habe, lasse ich die im Inventar, dass ich es nicht vergesse. Weil sonst kommt man so ein bisschen durcheinander. Und die anderen drei oder vier Toys, die mir noch fehlen, ist einmal dieses Lava-Schwimmer-Toy. Das gibt es bei der Belagerung der Drachenflug-Festung. Also das ist das Event, was es da unten hier gibt. Alle zwei Stunden zur ungeraden Uhrzeit. Da ist aber so ein bisschen die Kacke, dass das halt einfach nicht droppen will. Ich habe ja mittlerweile vier Accounts aktiv wieder. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jedes immer mitnehme. Aber immer wenn ich daran denke, nehme ich es mit, also teilweise mehrmals am Tag. Und ich stelle da immer alle vier Chars hin. Und ich kriege es einfach nicht. Ich habe schon hunderte Trials. Ich weiß nicht. Das Ding ist halt einfach scheiß selten, so wie das aussieht. Naja, so ist das. Und die anderen drei, die mir fehlen, die kriegst du alle über Inji. Da, wenn du die richtigen Sachen skillst und irgendwelche Bomben schmeißt. Oder man kann ja mit dem Inji quasi auch in sein Gear so Items reinmachen, wo man eine Bombe zum Beispiel schmeißen kann oder andere Items aktivieren. Dann kriegt man jedes Mal so ein Schrottteil. Und wenn man früht Schrottteile hat, kann man die quasi wiederverwerten. Und da gibt es dann eine Chance, dass es rauskommt. Ich habe das Ding schon hundertmal eingesetzt mit der Wiederverwertung. Ich kriege einfach kein Teuer raus. Also die sind halt einfach scheiß selten. Man kann die zwar auch im Auktionshaus kaufen. Aber, ja, da sind die relativ teuer. Also ich versuche es jetzt immer noch mit meinem Inji. Mit dem mache ich eh die Berufsquests und farme ein paar Rares. Und zwischendrin, wenn der Cooldown raus ist, dann schmeiße ich auf meinem Helm dieses Böhmchen. Und, ja, hoffe, dass ich halt irgendwann das Zeug zusammenkriege. Also das sind die drei, das habe ich schon. Das ist das Lava schon immer toll. Naja, das ist halt so ein bisschen eine Geschichte. Wenn ich sie nicht kriegen sollte, dann kaufe ich es mir vielleicht demnächst auch mal im Auktionshaus. Genau. Das ist so viel zu den Hauptcollection-Sachen. Und dann kann ich euch zeigen, was ich jetzt so die letzte Zeit neben dem Stuff so gefarmt habe. Und zwar, ich dachte mir, ich mache jetzt mal dort weiter, wo ich aufgehört habe vor Dragonflight. Und zwar mit den Outdoor-Zonen. Ihr seht, Dungeon und Schlachtzüge fehlt mir ja noch ziemlich viel. Weil mir ja da unter anderem die ganzen anderen Rüstungsklassen fehlen. Ich habe da ja immer nur für ein Druid das Zeug gefarmt. Heißt, da ist noch viel Stuff drin. Aber was ich halt davor angefangen hatte mit Shadowlands, waren die ganzen Außenbereiche. Und da dachte ich mir, mache ich so ein bisschen weiter. Und habe erst mal in Dragonflight das angegangen. Und da kann ich euch mal zeigen, was ich jetzt aktuell noch brauche. Also hier, gut, weil Dracken kannst du knicken. Da sind jetzt irgendwelche Berufssachen noch drin. Und hier seht ihr, das sind Händler mit dem ganzen PvP-Gear. Also das ist jetzt erst mal uninteressant. Da war jetzt nichts zum Farmen. Und Verkäufer. Naja, das sind die Technik-Sachen, ne. Bei der Einruffaktion, bei diesem Handwerkskonsortium. Aber was ich gefarmt habe, sind hier die anderen Zonen. Und zwar habe ich hauptsächlich Rares gefarmt. Und ihr seht, hier sind keine einzigen Rares mehr drin. Da sind jetzt noch so ein Schatz drin, wo ich mit meinem Juve-Chart unter anderem quasi diese Karten holen muss, um diese Rezepte zu kriegen. Oder hier, bei den Quests sind so Bonus-Ziele. Da muss ich mal noch gucken. Da muss ich mit irgendeinem Twink rankommen. Aber Rares habe ich halt alles, ne. Und hier sieht es halt ähnlich aus. Da Elementarüberfluss ist jetzt hier nur als Währung zum Beispiel drin. Weil ich da halt noch zum Beispiel Items brauche. Aber das aktuell zu Farmen macht keinen Sinn. Mit dem nächsten Patch oder mit 10.07 gibt es so viel von diesem Elementarüberfluss, dass jetzt zu Farmen wäre eine Zeitverschwendung. Deswegen mache ich das nicht. Ne, und hier sieht es halt ähnlich aus, ne. Da ist halt auch immer dieses Elementarüberfluss drin. Und es gibt halt noch verschiedene Rezepte, die man da kriegen kann über, ähm, äh, ja, über die Kisten. Jetzt sehe ich gerade, hier gibt es anscheinend irgendwo ein Item. Ach, ist das ein PvP-Item? Ja, Season 1 Hunter. Warum ist das jetzt hier bei einem normalen Mob drin? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Beim Gastwirt. Okay, das scheint, glaube ich, ein Fehler zu sein. Genau, und hier ist halt auch wieder nur ein Juve-Rezept drin. Da hast du auch wieder so Bonus-Ziel-Geschichten. Auch wieder, ah ne, da brauche ich den Stein noch für einen, ähm, für einen Item von einem Händler, ne. Hier ist auch noch ein Rezept. Aber ihr seht, die ganzen Rares habe ich da alle gefarmt. Da ist nichts mehr drin. Das Einzige, was jetzt hier noch unter anderem bei Rares ist, ist dieses Klippen, Wilddrachen, schwarzes Haar. Äh, das farme ich aktuell nicht, weil das anscheinend irgendwas verpackt sein soll. Da habe ich auf WoW mal, WoW Head mal nachgelesen. Und da gibt es halt anscheinend irgendwelche Probleme damit, dass, wenn du ein anderes Manuskript hast, dass du das nicht kriegen kannst. Also da haben schon mehrere geschrieben. Das wäre jetzt das Letzte, was ich jetzt nur ingame farmen könnte. Aber da das, äh, bekanntlich verpackt ist, äh, verschwende ich da keine Zeit drauf. Genau. Und heißt, ich habe eigentlich jetzt keine Rares oder irgendwas mehr zum Farmen. Ich könnte jetzt diese Kisten quasi holen, um die Juve-Rezepte da rauszukriegen. Das Ding ist, ich farme die jetzt gerade nicht hardcore, hat den Hintergrund, ich muss, äh, noch 20, 25 Wochen lang, ähm, wenn ich alles skillen will, bei meinen verschiedenen Berufen. Diese Berufs-Weeklies machen und auch die, aus der Kiste gibt es ja auch immer zwei Dinger raus. Und wenn ich die jetzt eh weiß, dass ich noch so lange farmen muss und da auch immer Kisten aufmache, ne, mit dem Char, denke ich mir, farme ich die jetzt nicht hardcore. Weil wer weiß, in der Zeit, wo ich dann eh die Kisten farmen muss, ne, äh, werde ich es vielleicht irgendwann zwischendurch rauskriegen. Und wenn ich mit dem Berufszeug ausgeskillt bin, dann kann ich es immer noch farmen. Ich habe noch genug andere Sachen offen. Ich versuche halt möglichst effizient in derlei Hinsicht zu sein und jetzt nicht hardcore die Kisten zu farmen. Und dann muss ich trotzdem noch 20 Wochen lang die Weekly-Dinger machen, wo ich halt auch Kisten aufmachen muss. Wisst ihr, was ich meine? Genau, deswegen mache ich das aktuell nicht. Jetzt wollte ich gerade irgendwas zeigen, aber habe es gerade, äh, jetzt ist es mir entfallen. Ja gut, egal. Dann war es wahrscheinlich nicht so wichtig. Achso, ich, genau den Beruf wollte ich zeigen. Also, von was ich rede, ne, ist quasi jetzt hier die ganzen Sachen auszumskillen. Da bin ich jetzt halt auch dran. Da mache ich halt immer die Berufsweekly-Sachen. Zum Beispiel jetzt hier beim Lederer exemplarisch, ne, habe ich jetzt hier schon was geskillt, dort und so. Aber, ähm, im Endeffekt will ich halt mir alles holen, ne. Wie ihr seht, hier fehlen mir jetzt zum Beispiel jetzt noch ein paar Rezepte und die sind alle über den Skillbaum, ne. Also, da müsste ich jetzt zum Beispiel, glaube ich, das auf 20 noch skillen und hier noch ein bisschen was rein skillen. Aber das, äh, zieht sich halt alles, weil in der Woche kriege ich halt jetzt mit so einem, ähm, nee, im Craft-Beruf 14 Skillpunkte, ne. Zumindest die fixen wöchentlich. So komische Eier kann ich mir auch noch farmen für extra Skillpunkte, aber, ja, das ist so ein bisschen die Gamble quasi. Genau. Äh, so viel dazu. Wo ich jetzt halt auch, ähm, dann angefangen habe weiterzufarmen, ähm, ist unter anderem bei Erweiterungsfeatures Dragonflights. Und hier sind auch tatsächlich ein paar Rares drin, ne. Also, hier gibt es dann auch andere Sachen, wie zum Beispiel, hier sind diese Schatzkarten, seht ihr. Und, ähm, da sind dann auch noch Quests zum Beispiel drin. Also, ich muss nochmal rufen mit meinem, äh, Bergbau-Kräuterkunde und, ähm, quasi Kirschner farmen. Mit den ganzen Main-Craft-Berufen habe ich den Ruf gefarmt, um die Rezepte zu holen. Aber dass es natürlich auch nochmal extra Quests gibt, wo man, ähm, Berufs-Skillpunkte bekommt für die, ähm, Gathering-Berufe. Hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm und jetzt muss ich mit denen halt auch nochmal irgendwann Ruf farmen. Da es jetzt auch mit dem nächsten Patch nochmal irgendwelche Catch-Up-Mechanics dahin gibt, ähm, mache ich das aktuell tatsächlich nicht. Ähm, deswegen sind die halt hier jetzt immer noch drin, ne. Und hier seht ihr bei den Zintauren auch, hier unter den Zintauren der Maruk sind auch die ganzen Rares drin. Oder waren sie bis, äh, waren sie drin, bis ich sie jetzt, ähm, quasi komplettisiert hab. Ähm, von der großen Jagd, ne, Grand Hunt oder wie das Ding heißt. Und das war auch ein Dreck. Diese, weil das macht halt jetzt kaum noch einer. Und wenn ich da quasi fast alleine bin und diese ganzen Jagden durchspielen muss, dann gibt's dann irgendwie in verschiedenen Zonen immer jetzt zum Beispiel bezogen auf... Halt, warum kann ich jetzt nicht rausklicken? Ah ja, das hat jetzt gerade irgendwie ein bisschen gehangen. Jetzt zum Beispiel hier in Onara, ne, gibt's dann irgendwie drei verschiedene Spots. Und dann muss ich den ersten Spot komplett spielen, den zweiten Spot, den dritten Spot. Und dann in dem dritten Spot, äh, gibt's dann immer eine Chance, dass zwei von diesen Bossen spawnen können, ne. Aus einem Pool von fünf, sechs Bossen. Und dann spielst du das Ganze hier durch und dann spawnen zwei falsche Bosse. Spielst du das nochmal durch, spawnen wieder zwei falsche Bosse. Das kostet so viel Zeit. Und dann spawnen endlich der richtige Boss, der drops dann halt nicht, weil er halt irgendwie fünf Prozent Drop-Chance hat oder noch weniger. Das ist halt sehr, sehr nervig gewesen. Da waren viele Teile drin. Also das hat richtig Zeit gekostet. Und deswegen meinte ich ja teilweise für ein Item dann da x Stunden reinvestiert und gar nichts gekriegt, ne. Und so zieht sich das halt bei diesen Rare-Sachen durch, ne. Genau. Und jetzt, was ich aktuell noch mach, ist, ähm, bei den Urstürmen. Da gibt's nämlich auch Rares. Und, ähm, ja. Da fehlen mir jetzt noch ein paar Items. Das waren am Anfang irgendwie knappe 15, 20, die mir noch gefehlt haben. Irgendwie sowas um den Dreh. Und jetzt sind's noch vier. Aber das ist halt auch so eine Kacke, ne. Die Urstürme switchen halt, ähm, quasi... Du hast immer zwei Stunden einen Ursturm, dann eine Stunde nicht. Und dann switchen sie wieder zu einem anderen. Und teilweise campe ich da halt ewig rum. Dann spawnen die Rares gar nicht. Oder wenn sie spawnen, dann, ähm, droppen sie es halt nicht. Also das ist halt auch ein ewiges Gekampe. Das mach ich aktuell tatsächlich so, dass ich da immer drei Accounts hinstelle. Und mit dem anderen irgendwas anderes farm dabei. Ich bin jetzt um ein paar Klassik-Dungeons nebenbei gewesen, weil ich da mit vier Accounts stehe und sonst gar nichts mache, außer warten, bis die spawnen. Das kann dann halt schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, bis dann der spawn sie nicht haben will. Dann ist das ein bisschen nervig. Genau, ähm, bevor ich jetzt aber diese Urstürme angefangen hab, hab ich auch noch in Shadowlands ein bisschen weiter gefarmt. Da hatte ich ja noch einiges offen. Da kann ich euch auch mal zeigen, was ich da so gemacht hab. Unter anderem hab ich sehr viel in Serum Mortis gefarmt. Da haben wir, glaub ich, noch 50, 60 Rare Drops gefarmt. Äh, gefehlt. Und ihr seht, da sind jetzt alle raus. Und was vor allem sehr ätzend war, ich hab, ähm, wo haben wir es denn? Moment. Klicken wir ein bisschen raus. Ich hab vor allem einen Haufen Rares hier gebraucht, ne? In dem Spot spawnen ja, ähm, drei verschiedene Rares. Und die teilweise hab ich, war ich hier fünf Stunden gestanden, bis einer spawnt, ne? Es gibt Leute, die behaupten, man muss hier Mobs töten, dass die schneller spawnen. Es gibt Leute, die behaupten, man muss irgendwelche anderen Rares töten. Aber keiner weiß so genau, wie das System funktioniert. Das ist alles nur Spekulation. Und ich dachte mir, also auf Spekulation töte ich keine Mobs und auch farme ich auch keine Rares. Ich stell mich einfach hin. Weil, äh, relativ viele Leute sind hier in Serum Mortis tatsächlich noch unterwegs, ne? Als ich meine Rare-Sachen gefarmt hab, teilweise hätte ich meine Twings an verschiedenen Rares stehen. Und dann spawnt irgendeiner, dann sind sofort fünf Leute da und cleaveen den weg, bis ich meine Chars zusammenfliegen konnte, dass ich mit allen tacken kann. Das war teilweise ein bisschen nervig tatsächlich. Aber ja. Ähm, mittlerweile hab ich alles fertig. Alle Rares quasi da abgeschlossen. Was ich jetzt noch brauch, sind, sind ein paar Sand-Relikte. Seht ihr, da kriegt's, da gibt's dann noch so Items, wo man dann dementsprechend hier, ähm, quasi seine Sand-Relikt-Items gegen Tierteile oder zumindest, äh, Raid-Set-Sachen umtauschen kann. Und da fehlt mir jetzt noch der DK. Alle anderen Klassen bin ich fertig. Drei Teile fehlen mir noch. Bin überlegen, ob ich ein paar Sand-Relikte farm, aber irgendwann muss ich da eh ein LFR rein, um Items noch zu farmen. Da werd ich wahrscheinlich das Todesritterzeug eh kriegen. Also das hat jetzt eher so eine Low-Prio. Und das andere, was ich hier noch hab, sind so Waffen. Und da hab ich jetzt letztens erst rausgefunden, dass ich diese Waffendrops erst krieg, wenn ich die freigeschalten hab, ne? Das kann ich euch vielleicht auch mal kurz zeigen. Zum Beispiel hier hab ich jetzt eine World-Quest, wo eine Waffe droppt. Da muss man aber erst hier bei der Höhle des Verbanden was beskillen. Durch das Skillen kann man eine Quest freischalten. Wenn man die Questreihe hier hinten gemacht hat, schaltet man den Händler frei. Und erst wenn man den Händler freigeschalten hat, hat man dann die Möglichkeit, ein Item von allen möglichen Mobs in der Zone gedroppt zu bekommen. Und wenn man dieses Item gedroppt bekommt, dann hat man erst die Möglichkeit, dass man bei World-Quest und Daily-Quest die Waffen kriegt, ne? Vorher kriegt man die nicht. Also, und das hatte ich halt auch nicht so auf dem Schirm. Jetzt hab ich halt immer versucht, die verschiedenen Waffen zu kriegen. Und dann hab ich das mal alles nochmal nachgelesen. Jetzt hab ich mit ein paar Twinks das ganze Prozedere gemacht. Und da bin ich jetzt grad dran, dass ich diese Waffen versucht zu bekommen, ne? Das ist jetzt noch ein Streitkolben und ein Schild. Das waren am Anfang halt einige, ne? Da hab ich jetzt schon ganz gut was rausbekommen. Genau, also Sermord, das ist nicht mehr viel. Jetzt kann ich mal zeigen, was bei den anderen Sachen noch ist. In Oribos sind's halt unter anderem jetzt noch so PvP-Sachen. Es gibt hier so ein Assemble. Und da kriegst du eigentlich, wenn du das lernst, die ganzen Items. Das Problem ist, ähm, ich hab die gelernt, die Teile, ne? Aber, ihr seht, ähm, was steht das jetzt nicht dran? Also, ich hab die alle gelernt nochmal. Das Problem ist, von einigen von den Dingern, hatte ich, seht ihr, da fehlen mir teilweise dann immer nur ein Item, hatte ich schon das komplette Set fertig. Bloß es gibt halt anscheinend in den Assemble Items, die es damals nicht zum Kaufen gab. Und selbst wenn du quasi damals das ganze Set hast und dieses eine Item, was es da nicht zum Kaufen gab, halt da nicht hast, dann kannst du das Assemble nicht mehr kaufen, um das zu lernen. Was halt mega blöd ist, weil jetzt fehlen mir teilweise ein, zwei Items immer bei diesen Assemble-Dinger und ich krieg die halt nicht mehr, weil ich, weil da steht dann bereits bekannt drin und ich kann's quasi nicht lernen. Also, saudumm. Ich hoffe, Blizzard macht mal irgendwas in die Richtung, dass das gefixt wird, ne? Das sind halt jetzt insgesamt 50 Items, die ich jetzt so halt nicht mehr kriegen kann, weil ich halt damals zu viel gefarmt hab. Heißt im Umkehrschluss, eigentlich darfst du, wenn die Sachen live sind, ne? Also in der aktuellen Season-Dien-Set komplett vervollständigen, weil du sonst später immer Items hast, die du nicht mehr lernen kannst. Ist halt saudumm. Und hier ist noch irgendeine Breadcrum-Quest, die neu reinkam. Da muss ich mal gucken, was das ist. Genau. Und jetzt hier in den anderen Zonen der Bastion, ähm, ist es ein Rare, der hat hier ein Schwert dabei, ist sogar das Gleiche. Jetzt seit ein paar Wochen kill ich immer mit meinen vier Worries, fliege ich die ganzen Rares ab, habe jetzt viele andere abgeschlossen, aber dieses Schwert droppt einfach nicht. Habe ich schon hunderte Tries drauf, ne? Und in Cortia, ähm, brauche ich jetzt noch ein einziges Item von dem Rare, das ist hier eine Axt, will halt irgendwie auch nicht droppen, schaue ich auch jeden Tag killen. In Maldraxxus fülle ich jeden Tag seit einigen Wochen dieses komische Becken ab, also dieses Reservoir, ne? Wo man diese quasi Blub-Farben reinschmeißen muss. Auch mit vier, ähm, Stoff-Chars mache ich das jeden Tag, seit Wochen. Der Zauberstab wird auch nicht droppen. Und dann gibt's hier auch noch quasi zwei andere Rares, ähm, mit denen ich, wo ich mit meinem Worry, beziehungsweise mit Hunter und, ähm, Schamanen, ne? Und Schamanen, dran bin, weil es einmal quasi eine Agi-Axt ist und einmal eine Stärke-Axt. Da muss man mit verschiedenen Chars ran, weil man da ja quasi Personal-Loot-Regeln hat und dementsprechend auch das Sinnig benutzen können muss, sodass das Zeug quasi droppt, ne? also das ist ein Riesen-Grind. Revendrestab ich jetzt die Rares so weit weg. Da bin ich durch, da brauche ich jetzt noch ein paar Sachen von Zonen und von diesen, ähm, Inquisitor-Toren, aber da habe ich letztens mal fünf Stunden gefarmt und nicht wirklich was gekriegt. Also das ist auch, das sind halt auch die Drop-Chancen extrem low, ne? Dann im Schlund, ähm, habe ich die ganzen Named-Mobs alle fertig gemacht. Da gibt's aber jetzt so Events, die alle Stunde beziehungsweise zwei Stunden sind. Die will ich jetzt demnächst noch machen, ja, das fange ich aber erst an, wenn ich die Urstürme fertig habe, weil ich da ja auch zeitlich gebunden bin und dieses Lava-Schwimmertoi, da bin ich ja mal im Keep-Event gebunden, deswegen mache ich das jetzt noch nicht. Und Zonen-Mods hatte ich euch ja schon gezeigt, ne? Was dann noch zusätzlich reinkommt, es gibt jetzt hier bei Shadowlands auch noch ein paar Items, die quasi unter Erweiterungsfeatures sind und da gibt's bei jeder Fraktion nochmal quasi immer ein Sanktum-Item, ne? Wenn ihr jetzt hier guckt, wenn ich bei Kyriana zum Beispiel reingehe, dann ist bei Quests sind dann immer diese Kugeln drin, die im Raid droppen, weil es gibt halt eine Quest, wo man da so eine bekommt und bei Verkauf sind dann auch immer die Raid-Waffen drin, ne? In den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Also das Zeug habe ich alles, aber sowohl Quests als Verkäufer sind halt immer die die Raid-Items, ne? Und das farme ich dann irgendwann mal, wenn ich quasi in dem Raid angekommen bin mit dem T-Mog-Farmen. Und ja, hier ist jetzt so eine Kiste drin, die mache ich auch jeden Tag, will halt auch nicht droppen, muss man einfach immer nur quasi so ein so ein kleines Rätsel in der Bastion lösen. Das ist eigentlich schnell gemacht. Dann das andere, Necrolords, ist beim Anima-Konduktor die Sabriel drin, das ist quasi der Boss in der Arena, den du beschwören kannst. Logge ich jeden Tag einmal auf Main um, beschwöre den Boss, logge auf meine ganzen Worries um, töte den, aber das will halt auch nicht droppen. Dann bei den Knight-Fee ist es hier eine Servit- oder Kervit-Zehengestalt. Die farme ich aktuell nicht, weil die ist im Raid, ich glaube im Mausoleum. Und zwar muss man da einen Boss im HC umhauen, dann hat die eine kleine Chance. Aber wie gesagt, da ich die Raids jetzt da nicht farme, ist das auf Eis gelegt. Und bei den Vent hier ist es auch beim Anima-Konduktor eine Waffe, den beschwöre ich auch jeden Tag. den Mother Love oder wie der heißt, aber der hat bis jetzt auch nichts getroppt. Das Ding ist, mit diesen Kack Shadowlands Rares, ohne Scheiß, das sind keine 10 Items, da gehen jeden Tag über 2 Stunden drauf, dass ich die töte. Und das über die letzten Wochen, wenn ich überlege, selbst wenn ich die Items gekriegt hätte, wären das wahrscheinlich, weiß ich nicht wie viele Stunden, aber auf jeden Fall im deutlichen hohen zweistelligen Betrag für 10 Items, und die habe ich immer noch nicht gekriegt, also es ist einfach, weiß ich nicht, da geht halt leider mit dem Score nicht viel hoch, aber ich will halt diese paar Dinger fertig kriegen, wisst ihr, das geht dann einfach ums Abschließen, das ist nicht effizient, was Punkte angeht, aber irgendwann muss ich es ja eh machen. Genau, und Torgas, gut, da mache ich aktuell nichts, Schöpfungskatalysator, das ist einfach nur das ganze Zeug, was man umwandeln kann, und wie gesagt, mit diesen Sandrelikten kann man ja halt diese Items umwandeln für ein LFR, aber weiß ich nicht, ob ich da die Sandrelikte fahre, das ganze andere hier, die Sachen, die kommen dann quasi zum Zug, wenn ich mal in Shadowlands die Dungeons fahre. Genau, jetzt kann ich euch noch zeigen, ich bin auch in den älteren Expansionen noch ein bisschen unterwegs, unter anderem gerade in Argus, und zwar gibt es da, halt, wo haben wir es hier, noch diese Kisten, die mache ich auch jeden Tag einmal, und zwar haben wir da jetzt immer noch ein paar Sachen in einem Eredat gefehlt, sowohl Platte als auch Stoff, Stoff hat mir glaube ich 5, 6 Items gefehlt und Platte noch 2, Platte habe ich jetzt alle fertig, und Stoff brauche ich jetzt noch ein einziges, das letzte Stoff, den kriege, dann brauche ich nicht mehr in Eredat, oder wie das heißt, früher mal als Makaré rumgammeln und diese ganzen Kisten jeden Tag aufmachen, das ist in, weiß nicht, 5 bis 10 Minuten durch, aber ne, jedes eine Item, hast du dann halt hier wieder 5 Minuten, da wieder 10 Minuten, das summiert sich halt dann blöderweise auf, ich gucke halt, dass ich das täglich mache, dass ich das irgendwann weg habe, und die grauen Items sind ja auch noch dazu gekommen, es gibt ganz wenige, die nicht BOE sind, also die nicht beim, die man nicht im AHA kaufen kann, und ja, die allermeisten habe ich mir tatsächlich jetzt langsam über das AHA zusammengekauft, hier gibt es 2 Items noch, die mir fehlen, insgesamt waren es glaube ich 4, 2 habe ich schon gefarmt, aber die droppen halt auch eher mies, die können bei den ganzen Eredat-Mobs droppen, und dann muss ich demnächst mal noch ein bisschen farmen, ich kann euch mal die anderen Sachen auch noch zeigen, die jetzt unter Außenbereichen drin sind, hier in Zandala farme ich aktuell nichts, weil du hast hier jetzt noch Sachen, so Verwandlungsbücher, vielleicht müsste ich die demnächst mal angehen, für einen Shami und einen Mage, und sonst sind es hier Warfront-Sachen, also das ist halt auch instanziert, deswegen mache ich das aktuell nicht, und diese Zonendrops, und selbiges ist dann halt hier auch nochmal drin, das sind halt auch wieder diese Sachen aus der Warfront, dann Argus hatte ich euch eben gezeigt, und Fährte Küste, das sind halt nur so Händler-Items, nur diese Legendary-Dinger, ein Rare, der halt irgendwie einmal alle halbe Jahr auftaucht, den habe ich bis jetzt immer noch nicht gesehen, und an Spaß und der Freude schauen wir mal kurz nach, ob er da ist, ich gucke zwar eigentlich relativ regelmäßig, das ist gerade eh, der müsste hier oben dann eine World-Quest sein, aber die ist halt, weiß ich nicht, sehr sehr selten da, hier kann, das sind halt auch alles Zonendrops, Draenor, das sind nur diese eine Händler, ne, für die PvP-Waffen, Pandaria sind es glaube ich auch nur die ganzen Händler, da sind halt auch keine grauen Sachen drin, ne, ja, Nordend, ist jetzt hier quasi der Angelsack drin, da gibt es quasi jetzt weiße Items raus, aber wie gesagt, alles was ich mal Haar kaufen kann, werde ich auf kurz oder lang schauen, dass ich mir es über Sahar kaufe und das sind halt auch nur noch die ganzen Dungeon-Händler, ne, Scherbenwelt sieht es glaube ich ähnlich aus, auch die ganzen Händler für die Dungeon-Sachen, hier ist noch dieses eine Abzeichen drin, wo ich im Timewalker einen extra Boss beschwören kann, also auch eigentlich eine Dungeon-Geschichte und hier sind die PvP-Items drin, die du holen kannst, wenn du mit den verschiedenen Char 1800er-Rating hast. Es war noch ein Leder-Item für ein Druid drin, was ich mir nicht gekauft habe und da ich jetzt mit meinem Horden-Druid quasi 1800er-Rating überschritten habe, habe ich mir das jetzt mal geholt, aber theoretisch müsste ich mit jeder Rüstung oder mit jeder Klasse, die es zu Classic gab, einmal 1800er-Rating im RBG holen, aber mal gucken, das mache ich irgendwann mal und jetzt hier in östliche Königreich und Kalendor sind auch noch ein paar Sachen drin und zwar auch wieder für Dungeon-Gier-Zeug, aber hier gibt es auch eine Quest, die ich nicht gemacht habe, die muss ich demnächst mal anschauen, in Mondlichtung gibt es einen Händler, der wird 24-7 gecampt von x Leuten, der verkauft halt hier diese komischen Roben und ihr seht, für was die immer Hase sind, warum der gecampt wird, egal um welche Uhrzeit ich bei dem Typ vorbeischau, da stehen immer Leute rum, also ja, da muss ich mal gucken, wann sich der Markt nicht hier ein bisschen beruhigt, dann werde ich mir die auch mal im Haar kaufen und sonst, SW ist halt das gleiche wie bei der Horde, mit den Rüstungshändlern und sonst sind das eigentlich hier lauter weiße Sachen, hier gibt es bei einer DK-Quest was, in den Geisterlanden gibt es so einen Dolch aus einer Kiste, den werde ich mir aber auch im Haar kaufen, das sind die ganz normalen Sunwell-Händler und den Vashir ist glaube ich auch noch mal eine Quest, wo es einen weißen Hut gibt, aber naja, genau, also ihr seht, 90% von den Sachen, von den alten bis, quasi einschließlich BFA, sind eigentlich Raid- oder Dungeon-Items, die halt hier bei den Händlern gibt, aber das mache ich dann halt erst, wenn ich quasi hier auch Dungeon-Schlachtzüge anfange, dann kann ich das quasi mitnehmen und jetzt das Hauptzeug, was ich aktuell am Grinden bin, ist halt in Shadowlands noch diese ganzen ätzenden Rares und halt unter anderem bei Erweiterungsfeatures, da sind auch noch ein paar, ein paar Sachen drin, wo ich ein bisschen dran bin, genau. Nebenbei mal noch ein bisschen RBG beziehungsweise schau, dass ich mit M-Plus jetzt mal noch mal fertig werde und ja, mal gucken, das ist so der Farm, jetzt kommt dann in zwei Wochen der Patch und ja, da werde ich dann mal schauen. Immer wenn ich jetzt die Urstürme noch farm, das kann ich vielleicht noch zeigen, war ich ein bisschen in den Classic-Dungeons unterwegs, ich weiß jetzt nicht, wie viele Classic-Dungeons es gibt, schon einige und ja, ein paar habe ich jetzt hier schon rausbekommen und in einigen fehlen mir jetzt halt auch nur noch ein paar Items, aber das ist eher so ein Side-Hustle, immer wenn ich quasi nichts anderes zu tun habe, irgendwelche Rares-Camp, dann gehe ich mit einem Account in hier diese Dungeons rein, farm ein bisschen was und ja, das eine oder andere habe ich abgeschlossen, aber wie gesagt, so richtig in Dungeon und Schlagzüge gehe ich jetzt noch nicht, bevor ich das nämlich angehe, will ich die anderen Sachen fertig haben und dann werde ich mir aber auch ein Speedgear farmen und wahrscheinlich mit drei oder vier Chars parallel das abfarmen, das mache ich jetzt aktuell noch nicht, weil ich will erstmal das andere fertig kriegen, bevor wir jetzt hier quasi einsteigen. Gut, das ist soweit, das was ich euch zeigen wollte, das war jetzt ganz schön lang und ich merke, mein Hals wird jetzt auch schon ein bisschen trocken, wenn man so einen langen Monolog führt. Gut, ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle für die, für die Collection, für das Collection-Update so rum und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns etwa in einem Monat wieder, da werde ich dann ein weiteres Collection-Update aufnehmen und ja, da wird aber, denke ich mal, auch schon der Patch rauskommen, heißt, dann gibt es wieder einen Haufen neues Zeug und ja, dann sehen wir uns dann wieder, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!